Leipzig, seit 17 Jahren, spielt Rea Hader-Wennewald, 48, schon die Franzi Jung in der ZDF-Reihe Notrufhafen kannte, ist GZSZ-Fans sicher auch als Flo Spira bekannt. Jetzt teigte sie im MDR-Riverboot und wurde dort von einem Zuschauer unterbrochen. Es laufen gerade die Dreharbeiten zur 19. Staffel, beginnt Moderator Matze Knob, 49, seine Frage einzuleiten, welchen Dienstgrad hast du, weißt du das? Ja, äh, also, stottert die gebürtige Ostberlinerin und schaut verlegen Fragen zur Seite. Hinter ihr ertönte eine Stimme aus dem Publikum, die sagt, Obermeisterin. Es ist Gerold Krüger aus Bernberg, zu dem Matze Knob direkt eilt und ihn interviewt. Sollte Rea Fragen zu ihrer Notrufhafen kannte Rolle haben, könne sie ihn ab sofort fragen, scherzt Knob. Tatsächlich bestätigt Krügers ebenfalls anwesende Ehefrau, dass er regelmäßig die donnerstags ab 19.25 Uhr laufende ZDF-Krimi-Reihe schaue. Hader-Wennewald erklärt aber auch ihr Überlegen. Ich muss aufpassen, weil ich schon wieder die neuen Folgen drehe. Der Dienstgrad ist richtig, aber auch nicht richtig, macht es die 48-Jährige spannend. Rea-Hader-Wennewald im MDR-Riverboot? Na, wieder scheiße geparkt? Schon früher wollte die dreifache Mutter der Söhne Bruno, 14, Moritz, 20, und Tochter Leni Ava, 10, Polizistin werden. Ich war felsenfest der Meinung, dass ich zur berittenen Polizei in Berlin gehen muss. Das war wunderschön im Grunewald gelegen, ich hätte immer reiten können. Der Test sei ziemlich gut gewesen, bis Mathe kam. So startete sie ihre Schauspielkarriere 1994 bei Frauenarzt Dr. Markus Mertin. Es folgten für alle Fälle Stefanie, GZSZ, Berlin, Berlin und eben seit 2007 Notruf Hafenkante, wo sie auch ihren späteren Ehemann Jörg Wennewald kennenlernte. Zwischenzeitlich dachten ihre Söhne wirklich, dass ihre Mama Polizistin und nicht nur TV-Kommissarin ist. Sie verlangten einst, dass sie einem Verkehrsteilnehmer hinterherfährt, der eine Straße bei Rot passiert hatte. Sie tat dies nicht, habe aber schon Privatklebezettel mit der Aufschrift Na, wieder scheiße geparkt? In der Nachbarschaft verteilt. Da nimmt jemand also doch den Beruf mit nach Hause. Dann gibt es SAP BI arithmetic, nicht nur TV-Kommissarin 56-Kommissarin 57-Kommissarin Schmidt blew in die Sch